Wir sind jetzt zu Besuch bei der Alina und ihrem Papa und hier ist es diese Pony. Weißt du, was die von dir erzählen? Ich weiß den Namen nicht mehr. Tabilani. Talibani. Was? Tabilani. Talibani. Fast. GWH, nee, GHW. GWH, Tabilani heißt er? Ist das aber auch ein Zungensprecher. Ich erzähle so viel Blödsinn heute. Ich habe Wohlfahrt. Also wir sind beim GWH Tabilani. Richtig. Beim Tabi. Ja. Und möchtest du was ihm erzählen? Komm wir gehen mal zu. Also er ist ganz tief, aber ein bisschen dick. Und ja, wir springen gern zusammen. Und er ist jetzt sechs Jahre alt geworden. Wo hast du ihn her? Von der Konsumenta Faszination Pferd. Schaut euch das mal an. Ja. Und der Papa. Ja. Den haben wir auch von der Faszination Pferd. Hier ist er. Den haben wir auch von der Faszination Pferd. Ja genau, wir können ja auch nochmal zu deinem Pferd gehen. Kaminito. Kaminito? Ja. Okay, wir holen jetzt den Kaminito. Pass mal auf, dass Tabilani nicht wegläuft. Das sind viel zu viele Namen auf einmal. Guck mal, was der für eine süße Farbe hat. Der Kaminito ist 13 Jahre. 13 Jahre und ist heuer deutscher Vizemeister im Extremtrail geworden. Cool. Mit mir zusammen. Echt, sowas cooles macht ihr? Ja. Das müsst ihr uns mal vormachen. Ja, da waren zwei Turniere. Eins in Bocklund, das ist überhalb Hamburg und das andere ist in Bayern, das andere Turnier. Das war die German Open. Und da konnten wir Punkte sammeln und nach Punkten sind wir Zweiter geworden insgesamt. Voll cool. Also ein ganz cooles Pferd. Schön. Da macht man noch so Hindernisse oder so rückwärts einparken und sowas. So Hindernisse, also richtig steile Hindernisse, Hängebrücke zum Beispiel gibt es an solchen Geschichten. Das ist ja für mich ein Süßes. Aber GWH Tabilani ist auch schon süßer. Gell, ihr zwei? Habt ihr euch jetzt lieb? Oh, ihr seid ja Süßies. Cola, jetzt bist du dran! Ja, genau. Und dann auf die Autobahn, ne? Also die coolen Sachen kann ich jetzt nicht machen, weil ich mal eine schöne Jacke anhab, ne? Zurück? Zurück? Nein, nein. Zurück? Zurück? Das ist jetzt ein super Talent, du. Aber er hat doch schon zweimal einen Hund gewonnen, oder? Ja. Also einmal auf jeden Fall. Ich glaube, gewinnt man nicht, ne? Das war super. Okay, das war super. Dann macht er ja nur Schein. Süß! Süß! Martin! Hopp! Super! Super! Ich trink, ne? Bein zu bringen. Bein zu bringen! Das wird er pinken! Männchen! Lass! Ja! Super! Wie geil! Wie geil! Warten! Hopp! Da hin! So cool! So cool! Wie lange brauchst du, um das dem alles beizubringen? Ach, ähm, also eigentlich nicht lang. So Tricks mit Action, ne? Die lernen das sofort. Ja. Das macht dem richtig Spaß, gell? Ja! Zurück! 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 Ja! Super! Okay! Applaus! Oh, wie süß! Voll gut gemacht! Übersprung! Okay! Hopp! Und Platz! Oh, fein! Super! Voll gut! Jetzt habe ich keine Karotte mehr. Aber Karotten sind wichtig, wieso? Ich habe nur noch eine große Le Overwatch-Karte-Karte-Karte! Ich habe auch schon gesehen, wo die Arbeit ist.